Yo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute nehmen wir eine Runde Devils Zuschauer auf und deswegen gehen wir mal kurz im Teamspeak gucken, was sich denn da so für Leute eingetroffen haben. Dafür aktiviere ich euch das hier einmal kurz und dann scrollen wir mal runter. Was haben wir denn da so? Flix hat keine Eier. Flix wird um zweite Chance bitten. Ich stopfe Flo in die Hölle. Selbst Affen sind besser. Oh, Ansage ist natürlich, das sind jetzt zwei, meine Kandidaten sind jetzt hier, ich stopfe Flo in die Hölle, selbst Affen sind besser. Also nehmen wir mal den, ich stopfe Flo in die Hölle. Hallo, hast du Lust auf meine Runde? YouTubers Zuschauer? Ja, gerne. Ja, super. Wie heißt denn du Ingame? Janik, wie im Teamspeak. Wie im Teamspeak, du heißt im Teamspeak, ich stopfe Flo in die Hölle. Scheiße. Okay, also Party in Wald, ich stopfe Flo in die Hölle. Ja, ich habe die Hölle falsch geschrieben, egal. Ach du Scheiße, ich habe mich umbenannt. Janik, so. Das geht ja schon mal super gut. Uh, Masterrang. Ja, natürlich. Da verliere ich ja sofort hier. Ich glaube nicht. Okay, dann bin ich gespannt. Du meinst ja hier, ich stopfe dich in die Hölle, also, das ist ja schon eine Hartz-Straftat, die du dann begehen würdest. Ich wandte dich aus dem Leben. Okay. Äh, oh, jetzt habe ich gar nicht noch eine Map gefragt. Ich hoffe, Remenso ist trotzdem okay. Ja, komm. Ja, perfekt. Ja, ähm, okay, gut. Dann, ich habe ihm schon eine Sache gemacht. So, Leute, sind wir jetzt ingame. Und, ja, heute ist der Name, Janik, äh, wie kommt man auf so einen Namen? Erklär mir mal, wie man auf so einen Namen kommt. Ja, der besteht aus meinem Vor- und Nachnamen. Ah, okay. Er ist mit Vornamen Janik und das ist dann halt ein Teil meines Nachnamens und deshalb. Ah, okay, gut. Dann ist das ja voll kreativ. Das ist schon wieder zu viel für mich. So, ich bin tatsächlich nicht eingespielt, ähm, in Bad Wars, geschweige denn irgendwas noch. Ich glaube, auch meine erste Runde heute. Ja, und wir haben ja noch ein bisschen früher so, Leute, nicht so abends 1 Uhr, sondern immer ein bisschen früher. Das Geile ist ja, ich kann kein Force britschen. Ach, okay. Ja, ich glaube, ich mache dich auf jeden Fall schon easy. Mal gucken, wenn wir sehen. Das sagen sie alle und dann. Dann sind sie schwanger oder sie verlieren. Das ist so die Option. Wie lange spielst du schon auf Mainzucht, wenn du Maßnahmen hast? Also, ich habe jetzt gestern, äh, ich habe jetzt heute 405 Spielstunden und gestern habe ich die 400 Spielstunden vollgespielt. Ja, 400 Stunden sind auf jeden Fall ordentlich. Ich habe, glaube ich, jetzt gerade vor einiger Zeit die 1.000 erreicht. 1.000? Mhm. Ach, du hast doch mal 600. Ja, hatte ich ja mal. Ich habe aber auch noch, ähm, auf dem Entwickler-Server von Mainzucht, ähm, habe ich noch ein paar mehr, also noch mal 500 oder so. Oh, nee! Jetzt kommst du schon! Ja, ganz entspannt. Du Scheiße! Alles chillig, du wirst gleich easy gemacht und dann kann ich einfach noch eine Runde aufnehmen. Ach so, ja. Dann auch chillig ein doppelt oder nichts machen. Ja, das ist natürlich so die Frage. Das kommt drauf an, wie is du gleich bist. Ich bin ziemlich easy, sagen sie immer alle. Okay. Aber ich bemühe mich natürlich, dass ich... Ja, genau. Hauptsache, du bemüste ich. Das ist noch peinlicher, was? Genau. Ähm, warum habe ich mir jetzt das gekauft, wenn ich das schon habe? Manchmal, denke ich so ein bisschen. Naja, Leute, zumindestens kann sein, dass dieses Video, äh, also ich bin jetzt über Osterferien. Ich weiß nicht, wann die bei euch sind. Aber zumindestens, ähm, muss ich gerade ein paar Videos vorproduzieren. Es kann sein, dass das ein Video davon ist. Ähm, nur damit ihr wisst, wenn manche Videos vielleicht ein bisschen haotisch sind, dann kann das sein, weil ich an dem Tag schon drei andere Videos aufgenommen habe. Und, äh, ja, ich bin halt zwei Wochen weg, aber ihr werdet dann wahrscheinlich ein paar Vlogs mitkriegen, weil ich, äh, gehe Skifahren und bin in England und so ein Zeugs. Und, äh, ja, das wird bestimmt richtig Spaß. Wollen wir mit oder ohne Gold spielen? Bist du in der Mitte? Nee, äh, weil ich das gerade sehe, dass Gold aktiviert ist. Also, ich könnte mir jetzt Gold holen, dann hätte ich nur 16 Gold. Ich weiß nicht, wie das für dich aussieht. Nee, lass mal. Du bist ja nicht mehr equippt, ich will nicht beeilen. Ja, ich komme hier schon wie eine Maschine an. Nicht so der equippt Spieler. Hä, dieser Baum ist ja voll eklig. Ja, wer hat den wohl da innen gesetzt? Also, ich nicht, ich bin kein Bilder. Du bist ja gehen raus an die Meinsuchtbilder hier an dieser Stelle auf jeden Fall. Grüße hinaus. Nein! Nein! Ah, kritischer Hase. Du Kopfwerp-Spieler. Nein! Oh Gott. Nein, ich habe keine Spitzzecke, warum baust du dein Bild an? Scheiße. Ich komme nur so aus dem Prinzip. Erstmal hier, da muss ich noch mal einkaufen. Oh! Nein! Kombo! Fuck! Nein! Ah! Ah! Nein! Kritischer Hase. Nein! Nein! Ah, was machen wir denn jetzt, Leute? Ah! 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 Scheiße! Trotzdem! Ah! Wir können noch eine ganz kleine Map nehmen, okay? Ah! Ich lasse mich auf Doppeldeutsch noch einmal ein. So eine ganz kleine Map. Nice! Super Mario! Ich glaube, da gibt es hier so eine... Super Mario! Ähm... Super Mario ist riesig. Was ist denn so eine kleine Map hier? Ich weiß es nicht. Ich spiele nicht so etwas. Ich spiele mehr Skywars. Simple! Simple ist das, glaube ich, oder? Das ist, glaube ich... Simple ist, ähm... Dann nehmen wir es Simple. So. Simple ist, glaube ich, eine relativ simple Map. Wer hat sich eigentlich das Lobby-System von euch ausgedacht? Was meinst du genau? Also neue Gadgets. Ach so. Ähm... Keine Ahnung. Sind die schon auf den Lobbys drauf? Ja. Und ich habe mich gewundert, warum meine Trails auf einmal weg waren, die ich gestern ausgewählt habe. Ach so. Äh... Ja, das... Ich wusste gar nicht, dass das schon öffentlich ist. Ähm... Aber wahrscheinlich, wenn das Video hören, dann kommt es sowieso schon. Also, ähm... Ja, das... Findest du es cool? Oder wie? Also ich habe es mir selber noch gar nicht so richtig angeguckt, aber... Also ich fand, ganz ehrlich für mich persönlich, fand ich die Effekte früher immer besser, weil, äh... Ja, wie gesagt, da werden ja auch neue noch dazu kommen. Aber, ja. Weil die Ränge müssen sich halt jetzt alles wieder kaufen, mit Ingame-Coins. Was früher halt nicht so war auch. Ja, aber dafür, weißt du, dafür haben die Coins jetzt wenigstens einen Wert. Ich meine, so ein Master, der hat ja eh so 100.000 Coins oder so bekommen. Ich habe heute alle Coins für Köpfe ausgegeben und laufe die ganze Zeit flotastisch durch die Gegend. Und ja, deswegen, also... Ja, die Map, die sollte schnell gehen. Oh, fuck. Na, du? Nee! Nee! Nee, das finde ich jetzt aber nicht okay. Ach! Was findest du nicht okay? Dass du direkt vor meiner Haustür sozusagen schon stehst. Ach, nee. Ich habe, ich habe mir einfach gar keine Quip, ich komme einfach so. Ach so, ja, dann könnte ich vielleicht noch ganz recht schaffen. Da bist du... Ach, du bist ja auch einfach easy, muss man sagen. So, ich habe schon einen Titel für das Video. Der einfachste... Janik Lee ist direkt. Die einfachste... Die einfachste... Die einfachste Runde... Welt Warspieler. Willst du jetzt nicht hochbauen? Ja, natürlich. Das ist mein Plan. Okay. Sonst habe ich ja nie Pläne. Ich habe heute schon ein YouTube-Video aufgenommen zu... Äh... Na! Boah! Was war das denn für ein Schlaf? Oh! 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 Oh, ich habe vor 저기 anderen. Oh, ich habe schon warten und dieses... Ich habe heute morgen schon ein análres handful von YouTube. Hallo, ich habe heute Morgen schon ein YouTube-Video aufgenommen, ... zu den neuen Trails. Die effekten sein. Cool. Oh! Na, warum hat Flo Hite in den Village einen in die Mitte gebracht? Hmho, ich habe glaube ich ein bisschen Spawn-Trapping, und das sind ein paar Kills. So Also ich möchte ja nichts sagen, Leute Aber wenn euch die Runde gefallen hat, dann lasst einen Daumen auch oben da Schaut auf jeden Fall Schaut auf jeden Fall bei Janikli So heißt sie auf YouTube auch Okay, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn ihr Bock habt Kann sein, dass ich ihn unten in der Videobeschreibung verlinke Wenn ich dran denke Sonst lasst einen Daumen auch oben da Ich hoffe, die Runde war ein bisschen Hat sich wenigstens trotzdem gefallen Aber es war auf jeden Fall die einfachste Runde in meinem Leben Warst du eigentlich einmal in meiner Base? Nee, ich bin halt so ein Skywars-Spieler Ich bin das gewohnt, wenn die runterfallen, dass die tot sind Ich spiele als Skywars Ja gut, aber du hast mich ja die Runde noch nicht einmal getötet Ja, das ist halt so Also geh noch ein bisschen trainieren Dann sehen wir uns vielleicht in zwei Jahren nochmal Dann lasst einen Daumen nach oben da, Leute Und ja Wenn ihr den einfachsten YouTuber-Zuschauer-Spieler sehen wollt Dann schickt auf jeden Fall Janikli Freundschaftsanfrage auf MainSucht Und ja Die Gadgets gibt es scheinbar jetzt auch neu auf MainSucht Sollten dann schon auf jedem Server sein Da könnt ihr euch ganz coole Sachen kaufen Also checkt die auf jeden Fall mal aus Und jetzt hauen rein Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao